wobei die echt günstig war letztes mal habe ich ja wie viel geöffnet fünf oder so für 9 euro die kiste ok lass uns anfangen 3 2 1 und der ring beginnt ja ich habe auch schneller gedrückt und es ist die rocket pop und meine erste ist natürlich die ranger und übel abgeranzt weil das sieht übel abgefuckt was hast du bekommen die ranger ja so naja ja ich wollte sagen du ziehst jetzt ununterbrochen die nova alias koi ach wenn das so ist dann möchte ich auf gar keinen fall ja beschwörst nicht ja drei zwei eins die liebt bild ja habe ich auch nice to have aber wo man so das erste case macht ja weißt du gar nicht wenigsten also ich bin natürlich aufgerichtet aber ich meine ich bin jetzt nicht so schon wieder blau sondern man hat die skins dann erstmal einmal die haben okay 3 2 1 da war die star trek topmann fack ich krieg die normale toll also ich habe die mp9 poison dar bekommen also bis jetzt alles minimale bausprung ah ne factory okay vielleicht vielleicht ein bisschen was wert sein okay 3 2 1 go komm mal kannst du mal ein bisschen reinlacken ohne scheiß ja kannst nicht bleib bei der riot nicht nova und wieder ein bisschen besser zusteithasen innten okay 321 go echt jetzt und ich hab den elite strike oder strike das ist einsatz ja man die sieht übel abgefuckt aus ich hab den wellen worden und die sieht übler aus als Battlescard. Das ist ja fast eine Black Galila. Die ist vielleicht voll viel wert, Mike. Ja, bestimmt. Mach mir nicht irgendwelche Hoffnung. 3, 2, 1, go. Komm, mal ein bisschen Glück können wir doch mal haben. Ohne Scheiße, man. Die Gable G. Das ist echt so. Es läuft so. Und SSG Cyrax. Und schon wieder ein Elite-Bild. Ich habe die Cyrax. Oh, das ist cool. Wie viel ist die wert? Einsatzer-Puppe ist die, glaube ich, auch nur noch. Im Moment aktuell 6 Euro. Das ist halt schwach für so einen pinken Gegenstand. Ja, ja. Die von Chroma 2, wo wir am Anfang geöffnet haben, ey, da warst du noch reich, wenn du eine AK-Star Trek gezogen hast. Oder die Warm God. Ja. Das war krass, man. Und hier ist schon alles so abgeranzet billig. Wie ich heute mit die Famas Neutral Net Factory New Star Trek und krieg 9 Euro dafür. Ja, gut, hier die SG-553-Elite-Zaugen halt nicht so viele. Ja. Das ist halt ein geiler Skin auf einer scheiß Waffe. Ja, aber es ist jetzt auch von einmal eigentlich die Cyrax-Skin, finde ich, auf der SG-553. Mir gefällt es auch nicht da drauf. Okay, 3, 2, 1, go. Vielleicht kommt ja irgendwann eine Nova-Syrax, dann wird es noch schlechter. Und die Elite-Build, ey, gibt es nicht. Und hey, geh doch einen Zentimeter weiter, dann kriegst du die USPS-Star Trek. Wenigstens jetzt die Rocket Pop-Innen. Das ist auch ein Satz-M4. Nein, das ist Minimal-Ware. Wie ich wollte gerade sagen. Ah, und jetzt... Hä? Ah, übrigens ist die Galil-A doch Battlescared. Das hat das noch nicht akkualisiert. Das hat das noch von der USPS-Unity-Lite angezeigt. Also die ist doch... Ja, meine ist Wellborn und die ist auch ultra abgeranzt. Ich würde sagen, schlechter als das hier geht doch gar nicht mehr. Ja, okay. Alles klar. 3, 2, 1, go. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte gerne noch die Rocket-Action Bunsen-Burner in Star Trek. Ja, die gefällt mir auch richtig gut, ohne Scheiß. Bis dann. 3, 2, 1, go. Und in dieser Kiste gibt es... Nichts guter Schicksal. Ah, nee. Ja, jetzt geh auf die Riot, da wird die Bunsen-Burner oder wie man die nennt, die Riot. Okay, die ist cool, die ist spiellich. Wäre die Star Trek, wäre es mega. Welche? Die USPS-U-P-Riot. Finde ich ziemlich optisch ziemlich cool eigentlich. Finde ich optisch auch ziemlich ansprechen. Bist du bereit? Jo. 3, 2, 1, go. Boah, ich habe viel zu schnell gedrückt. Ich bin einfach hoch und habe sofort gedrückt. LOL. Und wieder die Riot. Und da habe ich die Bunsen-Burner bekommen, aber leider nicht in Star Trek. Ich habe auch so langsam so ein echt mieses Gefühl. Ich habe bisher alles blau. Echt jetzt? Ja, Mann. Oh, you shit. Ja, dann darfst du nochmal anzählen, mit deinem Glück. 3, 2, 1, go. Mal andersrum probiert. Natürlich, und dann... Ey, Ben, gib! Ja, P2000-Handgun. Wie die Europa-Ranger, Alter. Zwischen damit. Ich kann nicht verstehen, warum Leute so viel Geld für diese bescheuerten Kisten ausgeben. Ja, macht Spaß, deswegen. Ja, ja, genau. Boah, die sieht ja mega gut aus, Mann. Die Handgun. Was denn? Das ist die Factory, die nur viel testet. Oh, die sieht gut aus, Mann. Die gefällt mir auch so von den Farben und alles. Ja, die würde ich glaube ich auch spielen. Okay. Warte, jetzt mache ich auch nochmal den Schlüssel auf. Ich glaube, Dominik muss mal runterzählen. Ja, mach ruhig. Ich soll runterzählen? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Teamarbeit. Was? Okay, das nicht. Okay, das kann jetzt nur Knife werden, Mann. Es kann nur Knife werden. Okay, Handgun. Wenigstens kein Blot. Ey, boah. Es ist wenigstens kein Blot. Was hast du bekommen? Elite-Bild. Nice. Well-worn. Ja, tatsächlich well-worn bei mir. Toll. Ich glaube aber gerade kein Spremer auf, oder? Toll. Was? Na, Spaß, egal. Uwe, check's mit uns. Drei, zwei, eins, go. Oh, da war zweimal die Neutrim, die Neural Net. Und es wird... Uwe, Uwe. Was? 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 Was hat er? Fick dich doch. Nein, was? Da lag es mal endlich wieder rein mit einem falschen Knife, ja? Alter, nein, du hast ein Knife gezogen. Du hast den Safari-Mesh. Ja, aber verkauf's gleich, halt. Das ist jetzt bestimmt noch einiges wert. In Abflug. Nein. Okay, jetzt hat man. Scheiße. Also einer Seite gut, aber einer Seite... Warte mal, ich guck's mir mal kurz in dein Invent an. Ach, mein Herz. Alter. Ja, guck mal, was das wert ist. Da hast du bestimmt dein Opening schon wieder raus. Mein Opening wieder raus? Mhm. 104 Euro wert. Also, ja, doch, hab ich noch ein Opening gedacht. Ja, also, verkauf's gleich. Ja, mach ich jetzt. Fall hin, nein, ich guck's mal gleich einmal wieder. Ja, ich guck's mal gleich, ich guck's mal gleich, ich guck's mal gleich, gleich einmal Okay, zapp, Mann. Ja, jetzt hast du's schon wieder raus, Mann. Ja, aber es gibt so viele coole Skins. Ja, gut, aber du hast schon wieder das ganze Opening schon mal wieder im grünen Bereich. Hallo, hallo, Leute. Hallo. Ja, Dominik muss uns noch mal ansagen. Ja, das habe ich aber nicht daraus bekommen. Aber dafür ruhig noch mal ansagen, dann zieh ich jetzt ein Knife. Ja, das darf ich ruhig noch mal ansagen. Oder die AWP. Okay, Ladies and Gentlemen. It's time for Round No. 2. Are you ready, guys? Yep. Yeah! Yeah! 3, 2, 1, action! Oh, ich habe genau perfekt gemacht, ne? Okay, jetzt habe ich die Rocket Pop in ganz schwarz. Alter! Bad Skirts! Hast du was gegen schwarze, Uwe? Ja, gegen schwarze Waffen, die eigentlich weiß-blau sein sollten, ja. Hey, Whisky! Guten Abend! Okay, du hast es gut rausgegeben, ey. Gut rausgegeben. Was? Er hat gesagt, da war die AK. Ich habe die hingeguckt. Zum Glück, Mann! Fuck. 2, 4, 6. Oh, 6 Pies noch. 3, 2, 1, go! Alter, okay. Zum Glück habe ich nicht geguckt. Der Ami hat gesagt, da war die AK genau daneben. Wow, viel Rocket Pops hintereinander und ich kriege die mit der Beschisseste. Ich habe auch wieder die Rocket Pop, aber ultra abgeranzt. Oh Gott, das ist auch einsatz erprobt. Alter. Das ist einsatz erprobt und das ist einsatz erprobt. Ach, komm. Läuft. Oh Mann. Okay, Mike, ziel runter. 1, 2, 1, go! Elite Bild. Ich glaube, die Rocket Pop mag mich. Mich mag die Elite Bild. Ich habe die jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal gezogen. No, warte, Elite Bild habe ich 3 Mal. Dann ziehe ich einen Knife und dann ein... Oh, 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 oh. Ja, du beschwerst dich jetzt schon wieder. Du hast deine Case unbedingt schon wieder raus. Kannst du es wenigstens gleich verkaufen, ohne schlechtes Gewissen. Du hast recht. Okay, 3. Ach, nee, du bist dran rüber. 3, 2, 1, go! Ich habe, glaube ich, bis jetzt noch nie in meinem Leben einen roten Gegenstand gezogen. Doch, die Chatterbox oder so. Nee, habe ich noch nicht mal. Ah, ich habe die Evil Damio, Damio, oder wie die heißt. Bitte, Stifactory, bin ja wohl bei. Okay, die sieht auf jeden Fall cool aus, aber spiele ich halt da nicht. Ich würde gerne die A noch. Aber ja, Mann. Ja, ich... Ohne Scheiß. Oder die AK. Ich finde halt beide. Ich kann die AK nicht sehen, keine Ahnung. Mein Ding ist leider nicht. Bisky sagt gerade, GZ Mike. Dankeschön, Bisky, dankeschön. So, wer ist dran? Ich bin dran. Äh, äh, wer ist dran? Ich. Okay. 3, 2, 1, go! 2, 1, Risiko. Doch, ein roter Gegenstand könnte ja nochmal kommen, wenn er möchte, ne? Einer von euch. Neutrant. War übel abgeranzt. Ich habe die... Ist die so abgeranzt? Welche? Die Farmas, die gelbe. Ja, die müssen Sie gleich einfach nochmal online die Matchmatten allein um die ganzen Waffen anzugucken. Ich habe die Farmas auch. Ich habe die Farmas auch, Google. Aber die sieht übel abgeranzt aus, man. Ähm, viel testet. Die ist aber auch halt gar nichts wert. Ja, ich habe die auch einsatzabbrückt. So, zwei Kisten noch. Ja. Ich sehe schon kommen die nächsten vier Kisten oder fünf Kisten, was ich noch kaufen kann. Ja, ich kaufe mir auch noch welche. Jetzt, wo ich das live gezogen habe, um ein bisschen was rauszuhaben, da kann ich ruhig noch mal was drauflegen. Okay. Ja. Sehr lang. 3, 2, zu dem 1, zu dem, go! Bieterschön. Und wir bekommen eine... Alter, nur, nur Bunsenburner. Andere am laufenden Band. Ich schwöre es dir. Sei wenigstens Factory New Minimal Wear. Das passiert ja, ob es beim Bunsenburner quasi auch verschiedene Pattern gibt. Aber ich glaube tatsächlich... Habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, die wird nur glänzig oder matter. Vielleicht, von dem Zustand her. Die letzte Kiste, alle mal bitte die Daumen drücken. Das ist jetzt mein... Bei mir ist das die Kiste, die ich gedroppt bekommen habe. Gedroppt? Also bitte. Knief. 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 Okay. 3, 2, 1, go! Knief. 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 Rocket Paw. Rabbit Poison Dart. Dead Trick Priorität gewesen. Unvergleich. Jaja, das findet sie da. Öffnen wir die jetzt oder was? Ja, machen wir erst eine auf. Achso, du hast eine weniger oder was? Ja. Amisoo Fantasie. Danke für deinen Verlauf. Es ist die Tour geworden. Zustand sieht ganz okay aus. Viel testete. Wir müssen ein bisschen schneller machen, weil meine Mama hat mich gerade gerufen. 3, 2, 1, GO! Außer es wird jetzt was mega krasses, dann raste ich hier aus. Nova Ranger. Die Torque kann ich ruhig auch noch mal ziehen. Ja, ein Star Trek Factory nur, das wäre mega, oder Minimal Rare wenigstens. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Nee, nee, Zauber, nicht rein posten. Ich gebe gleich ein Keyword. Das müsst ihr dann reinschreiben und dann losse ich da runter aus. Ich habe die RIDE bekommen. 4 Cases. 3, 2, 1, GO! 5, GO! Mal ganz ruhig, vielleicht besänftet ich das ja den lieben Gaben und er gibt mir eine Negev. Rocket Pop. Aber gut, die werde ich halt spielen. Ich meine... Well worn. Ey, Uwe, sie ist einsatzerprobt. Den Link müsst ihr euch bereithalten. Wenn ihr gewinnt, schickt ihr den in Twitch rein und dann habe ich den quasi. Und kann euch den Gegenstand gleich traden. Jigo, nee, also ich jetzt bis jetzt noch nicht. Mike hat ein Knife gezogen. Yay! Also, so halb Glück. Ein Falschion Knife in Safari Mesh. Well worn. Uwe, du bist dran. Okay, 3, 2, 1, GO! Hier unten die 3, eins von den 3. Oh, dann bleibt doch gleich der Star Trek Talk stehen. Nein, das geht weiter auf die... Das Falschion Falschion Knife in Safari Mesh. Well worn was, gell Mike? Ja, genau. 100 Euro wert. Ja, wird auch ein Video bei mir auf dem YouTube-Channel kriegen. Komm, kriegen, kriegen das Knife, ja. Wann wird denn das Video kommen? Wahrscheinlich morgen früh. Wenn nicht eventuell noch die Nacht. Kann auch sein, dass es noch nachts hoch kommt. Okay. 3, 2, 1, bin ich überhaupt dran? Ja. Okay, 3, 2, 1, GO! Also, jetzt bin ich grad aber auf einer Street, ne? Haha, was sagst du jetzt? Ja, die Farmers Neural Net. Also, 3 Lilane hintereinander. Damit kann ich leben. Läuft bei dir. Okay, letzte Key. Letztes Glück. Ja, hoffentlich. Dann bitte, Uwe, du bist dran. 3, 2, 1, GO! Daumen drücken. Nein, nein. Du hast nichts gebracht. Neutral Net. Okay. Äh, ja, fängst du wieder an. Also, komm. Naja, das besänftigt nicht wirklich. Bei dem Kistenpreis. Also, du darfst dich jetzt mal wirklich nicht beschweren, Uwe. Mhm. Hab raus vielleicht, weiß ich nicht. Nicht mal 20 Euro wahrscheinlich. Ah, okay. Abhaken. War lustig. So, jetzt machen wir das Giveaway kurz. Ah, okay. Abhaken. War lustig. So, jetzt machen wir das Giveaway kurz. Abhaken. Abhaken. Und jetzt machen wir das...